Vor mittlerweile drei Jahren veröffentlichte die New York Times einen großen, reich bebildeten Bericht über die New Yorker Grundschulmeisterschaft im Schach. Und das war ungewöhnlich. Die New York Times als eine der, wenn nicht die renommierteste Tageszeitung der Welt, die hat eigentlich größere, wichtigere Themen als eine städtische Grundschulschachmeisterschaft. Die haben natürlich einen New Yorker Lokalteil, aber auch in New York passiert eine ganze Menge und da stehen Berichte vom Schulschach eher nicht ganz oben auf der Agenda. Aber der Autor der New York Times, der Nikolaus Christoph hieß der, oder heißt er immer noch, der hatte bei dieser Grundschulmeisterschaft eine märchenhafte Geschichte gefunden. Und im Zentrum dieser Geschichte stand Tani Tolufa Adewumi. Oder ganz genau heißt er Tani Tolufa Emanuel Adewumi. Ich nenne ihn kurz Tani, so soll er auch in diesem Video heißen. Tani hatte die U8-Meisterschaft gewonnen mit 5,5 aus 6 als Außenseiter mit einem Rating von knapp 1500 und er spielte erst seit einem Jahr Schach. Und dem Autor war aufgefallen, aus was für Umständen er kam. Der Junge lebte nämlich in einem Obdachlosenheim. Es war ein Flüchtlingskind, das obendrein erst ein Jahr Schach spielte. Der Tani stammt aus Nigeria und seine Eltern, gläubige Christen, waren in die USA geflüchtet. Die waren in Nigeria bedroht von dieser Terrorsekte Boko Haram, islamistische Terrororganisation, die speziell Christen verfolgt und die Adewumis veranlasste, in die USA zu fliehen. Und da waren sie in ganz einfachen Umständen untergekommen und hatten Asyl beantragt. Erst bei einem Pastor und dann eben in einer Obdachlosenunterkunft, in der sie lebten. Und der Tani war in der Schule dann mit dem Schachspiel in Berührung gekommen und das hatte ihn sofort fasziniert. Und er hat sich da unheimlich reingekniet und wollte besser werden und hat das getan, was man tut, wenn man besser im Schach werden will. Er hat Taktikaufgaben gelöst, eine nach einer anderen. Mehr als jedes andere Kind, das ich je gesehen habe, haben da so seine ersten Coaches gesagt. Und das führte dann dazu, dass er nach einem Jahr schon bei knapp 1500 stand, allerdings bei dieser U8-Meisterschaft immer noch nominell Außenseiter war. Denn da spielten einige Jungs und Mädchen mit aus wohlhabenden Familien, die eigene Trainer hatten und die da viel eher als Favoriten galten als dieser Tani. Aber der hat es alle abgezogen und hat mit 5,5 oder 6 gewonnen. Und dann erschien diese Geschichte in der New York Times und die ging ganz, ganz schnell um die Welt. Es haben dann diverse andere Medien die Geschichte des Wunderkinds aus dem Obdachlosenheim aufgegriffen. Der Agatmator, der seinerzeit der größte Schach-YouTuber war, hat eine Partie von ihm veröffentlicht. Es gab Fernsehberichte, da hat Bill Clinton den Jungen noch empfangen. Und es kamen dann relativ schnell Spendenkampagnen zusammen. Und mit einem Mal hatte diese Familie in einem riesigen Maße Unterstützung. Das Bemerkenswerte ist, dass sie einen Großteil dieser Unterstützung gar nicht angenommen hat. Die hätten dann in einer ganz tollen Wohnung leben können, haben aber eine ganz einfache genommen, haben einen Teil des Spendengeldes, das sie bekommen haben, weitergespendet. Ja, und die Geschichte läuft noch, die geht immer weiter. Denn der Tani, der ist nun ein außergewöhnliches Schachtalent, wie es sich schon bei dieser U8-Grundschulmeisterschaft in New York zeigte. Und der ist dran geblieben und der wird immer besser. Mittlerweile gibt es ein Buch über den Tani. Es wird einen Film geben, da haben sich die Studios darum geschritten, wer denn diese Geschichte verfilmen darf. Paramount Pictures hat die Rechte an der Geschichte mittlerweile bekommen und wird da einen Film machen. Ich weiß nicht, ob der schon in Arbeit ist oder ob das erst noch passiert. Aber vor allem wird dieser Tani immer besser im Schach. Und da ist es nach wie vor spannend zu beobachten, wohin seine Reise geht. Er hat jetzt gerade seine erste IM-Norm gemacht. Es gibt von ihm die Aussage, ich will der jüngste Großmeister jemals werden. Damit muss er sich beeilen, denn er ist ja schon elf mittlerweile. Und der Stichtag ist irgendwie bei zwölf Jahre, sieben Monaten. Der Abhimanyu Mishra, der jüngste GM, den es je gab. Wenn er den schlagen will, muss er sich beeilen. Aber er hat jetzt seine erste IM-Norm. Er hat dann Elo, mittlerweile über 2300. Und damit ist er Fiedemeister. Und als Fiedemeister, da kommen wir jetzt langsam zu dem eigentlichen Thema dieses Videos. Oder man kann schon fast sagen, zum zweiten Kapitel. Als Fiedemeister darf man den Title Tuesday auf Chess.com mitspielen. Wo man dann Gelegenheit hat, mit den ganz, ganz Großen sich zu messen mit Spielern von internationalem Format. Zum Beispiel mit dem Europameister, mit Matthias Blüber. Und so ergab es sich, dass gestern am Dienstag, ihr seht hier das Datum, 3. Mai, top aktuell. Dass gestern am Dienstag im späten Title Tuesday, es gibt ja zwei. Der späte fängt, ich glaube, um 23 Uhr an deutscher Zeit. Der Tani sich in der dritten Runde mit Matthias Blüber maß. Und da ist natürlich noch ein Klassenunterschied. Der Tani ist jetzt bei 2300. Und der Matthias, die 2637, die hier steht, die ist auch schon veraltet. Matthias hat, glaube ich, 26, das ist nichts Falsches zu sagen, 2672, glaube ich. Ich glaube, er hat 2672. Er ist nämlich zwei Punkte hinter seinem Allzeithoch, das bei 2674 stand. Es ist weiterhin Vincent Keimer auf den Fersen. Und natürlich in einem Hoch, er hat auch beim Title Tuesday sich den ersten Platz geteilt am vergangenen Dienstag. In der dritten Runde ging es gegen Tani. Und da gucken wir uns mal an, was da passiert ist. Ob der Tani den Klassenunterschied vielleicht ein bisschen negieren konnte zu Matthias Blüber. Tani Toluva hat defumiert weiß. Matthias Blüber hat schwarz. Und die Partie begann mit einer Karokann-Verteidigung. Mit der Abtauschvariante der Karokann-Verteidigung. Läufer D3, Springer C6. C3, damit C7. Damit C7 ist gegen weißes Läufer F4 gerichtet. Der weiße Plan in der Abtauschvariante ist, beide Läufer auf diese aktiven Diagonalen zu stellen. Wenn das dem Weißen gelingt, dann kann der Weiße von Vorteil träumen. Und häufig dreht sich dann auch der weitere Kampf darum. Gelingt es Weiß seinen Läufer auf F4 zu installieren oder nicht? Mit Springer E2 bereitet Weiß nämlich genau das vor. Schwarz spielt Läufer G4. Ist seinerseits sehr froh, dass er seinen Läufer rauskriegt, bevor er E6 spielt und den Potenzial einsperren würde. Läufer G4 ist auch gegen Läufer F4 gerichtet. Weiß kann jetzt Läufer F4 spielen, aber dann ist nichts mehr los. Den nimmt Schwarz einfach raus, denn der Springer ist ja gefesselt. Dann nehmen wir die Dame. Weiß hat seine Rochade verloren. Und es ist Material vom Brett. Jetzt muss Schwarz noch einmal aufpassen. Es hängt der Bauer D5, aber den kann man mit Springer F6 decken oder den kann man auch mit E6 decken. Und die Stellung ist total ausgeglichen. Schwarz hat keine Probleme. So kann man das nicht spielen als Weißer. Läufer F4 geht hier nicht. Das Konzept, das den Schwarzen ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet und in diesem und in ähnlichen Abspielen von der Karo-Kann-Abtausch-Variante ist, hier erstmal zu rochieren, König in Sicherheit, und dann Dame E1 zu spielen. Dame E1 ist schlau. Dame E1 plant, den Läufer mit F3 rauszuschmeißen und dann Dame H4 zu spielen. Und hier mit der Dame sich schon auf dem Königsflügel einzunisten, wo dann leicht der Schwarze Koordinationsprobleme bekommt. Denn der will ja hier eigentlich eher hinrochieren. Der Schwarze, wenn die weiße Dame da schon rumturt, ist das nicht so richtig angenehm. Dazu kommt noch der Punkt, dass Schwarz diesen Läufer, den G4, zwar entwickelt hat, dass der aber jetzt von Schwarz zurückgetrieben werden kann und zum Ziel auserkoren. Also ein Abspiel, um es mal zu illustrieren, ist Schwarz sich hier nochmal weiterentwickelt. Fünfter mal H4. Jetzt droht Springer F4. Das droht, wenn man so will. Und der Läufer ist zum Ziel geworden. Und der übliche Zug für Schwarz ist hier, diesem Springer F4 direkt vorzubeugen und eben nicht den Läufer gegen den Springer geben zu müssen, sondern dann zumindest einen Läufertausch zu bekommen. Aber dadurch, dass die weiße Dame auf H4 steht, was dann hier zum Abtausch kommt, muss Schwarz mit dem F-Bauer zurücknehmen, was ein bisschen verdächtig aussieht. Man will ja immer lieber zum Zentrum hinschlagen, aber das geht hier nicht, weil der H-Bauer ist ja gefesselt. Und wenn weiß dann Springer F4 hinterherzieht, Achtung, dann hängt es hier. Jetzt droht Springer schlecht G6. Und dann muss Schwarz schon einen Klimmzug machen, nämlich König F7 und den G6-Bauern mit dem König decken und so im zwölften Zug schon mit dem König rumziehen und die Rochade aufgeben. Die Theorie sagt, das ist spielbar. Die Theorie sagt sogar, das ist okay für Schwarz. Ich spiele ja als Schwarzer auch Karo Kahn. Oder ich bilde mir ein, dass ich Karo Kahn spiele. Ich spiele ja eigentlich kein Schach mehr, aber ich verfolge natürlich so ein bisschen meine Eröffnungen, die ich denn so spiele oder gespielt habe und für die ich mich interessiere. Und das ist ja so etwas, was mir nie so richtig geheuer war. Diese F3, Dame E1, H4, AD, und dann spiele ich gegen den Läufer und dann halt dieser Klimmzug mit König F7. Und jetzt hatte ich ein Achtung-Ausbildung-Moment, denn das hat mich natürlich gefreut, dass der Tani gegen Matthias was spielt, was mir nicht so geheuer ist. Da kann ich was lernen. Matthias zieht hier G6. G6 mit der Idee, wenn Weiß jetzt sein F3 spielt und ganz normal weiter im Text macht, dann geht der Läufer nach F5 und will sich hier tauschen. Und wenn dann die Läufer auf G5 getauscht werden, will Schwarz GF spielen und plant tatsächlich die lange Rochade mit Spiel gegen den Weißen König. Was dann auch so ein bisschen dem Weißen bedeutet, ja, jetzt bringt deine Dame auf diesem Königsflügel gar nicht so viel, denn das ist das, wo ich angreife und mein König verzieht sich einfach auf den anderen Flügel. Interessantes Konzept. Vielleicht probiere ich das, nein, bestimmt probiere ich das auch mal aus, wenn ich es nicht wieder vergesse bis dahin. Das war jedenfalls mein Achtung-Ausbildung-Moment, als ich diese Partie nachgespielt habe. Matthias Konzept gegen diesen Weißen Ansatz in der Abtauschvariante Karokan zu bekämpfen. Er spielt hier G6 und dann Läufer F5. Jetzt kann man hier Läufer F4 spielen als Weißer. Das ist ja, wir haben darüber gesprochen, der Weiße Plan. Aber wenn Schwarz schon zu E6 gekommen ist, dann ist Läufer F4 natürlich nicht mehr so das Problem, denn man kann dem mit Läufer D6 begegnen. Die gibt es in Partie von einem anderen Wunderknaben, warum habe ich die hier reinkopiert. Sreyas Paiyapath ist der deutsche U12-Meister, der eigentlich aus Indien stammt und auch noch indischer Nationalität ist, aber der hat die deutsche U12-Meisterschaft gewonnen. Von dem war hier auf dem Kanal und auch auf der Website immer mal die Rede. Das ist so einer der Wunderknaben, die im deutschen Schach zu beobachten sind. Sreyas Paiyapath aus Hannover. Ihr findet zudem auch auf der Website und auch auf diesem Kanal ein bisschen was. Zu Sreyas habe ich, glaube ich, schon zwei, drei Partien hier. Läufer D6. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist hier da mal D6 sogar besser. Kann man auch versuchen. Da sind mir die Pfeile schiefgegangen. Mein Rechner spielt gerade verrückt. So wäre Dame B6 auch eine Idee an dieser Stelle. Der Tani wollte gar nicht Läufer F4 spielen. Der spielt hier Springer F4. Und Vorsicht, das ist mit einer Drohung verbunden. Springer schlecht D5. Der E-Bauer ist gefesselt. Aber das muss Schwarz nicht groß kümmern. Der hat ja eh geplant, lang zu rauchieren. Was schon ein sehr, sehr anspruchsvolles Konzept ist. Verschiedenfarbige Rochaden. Verschiedenfarbige ist klar. Rochaden zu verschiedenen Seiten. Ihr wisst, was ich meine. Sehr aggressive Spielweise. Denn hier ist er jetzt nicht der allersicherste Hafen für den schwarzen König. Andererseits kann jetzt Schwarz am Königsflügel nach Belieben vorangehen. Und muss sich da nicht um den eigenen geschwächten König kümmern. Und er hat ja was, womit er arbeiten kann. Nämlich die geöffnete G-Linie. Durch seinen G6-Zug. Springer D3. Das sind so die Felder, von denen der weiße Springer träumt. Man muss natürlich auch sagen, diese hier träumen noch gar nicht. Die sind noch im Stall. Und weiß muss jetzt auch langsam sehen, dass er mal mit seiner Entwicklung zur Rande kommt. Es ist allerdings nicht so richtig klar, wohin er eigentlich seine Figuren fahren will. Speziell den hier. Denn das Feld F4, das hat sich jetzt erledigt. Ein aktiver Posten für den ist nicht zu sehen. Er spielt jetzt Dame H4. Das soll womöglich Läufer F4 vorbereiten. Schwarz entwickelt sich weiter. Dann haben wir dieses Entwicklungsthema. Die G-Linie ist jetzt offen. Ja, da freut sich Schwarz. Wir stehen noch im Stall. Nicht so, ja, da freut sich weiß eher nicht. Aber gut, ganz objektiv ist hier noch nicht so richtig viel los. Die Partie beginnt ja gerade erst. Apropos, ich hatte vergessen, was zu sagen mit Läufer D6. Hängt natürlich H2, den muss weiß decken. Und Dame H4 ist eigentlich der einzige Zug, den zu decken. H3 würde hier ein fürchterliches Loch ergeben. G3 wäre noch schlimmer. Das wäre dann schon eine Angriffsmarke für den Schwarzen. Also hier muss der Weiße schon Dame H4 spielen, um den H2 gedeckt zu halten. Schwarz entwickelt sich weiter. Okay, und der Tani bringt seinen Springer nach A3. Der träumt natürlich von Springer B5. Und für Schwarz wäre es keine so gute Idee, den Kollegen rauszunehmen. Das würde zwar auf den ersten Blick die weiße Struktur ein bisschen beschädigen, aber der prächtige schwarzfeldrige Läufer, der so wunderbar durch die Bauern gucken kann, der wäre dann vom Brett. Und dieser strukturelle Schaden wird obendrein auch noch ein bisschen dadurch kompensiert, dass dann auch weiß eine offene Linie gegen den Schwarzen König hat. Also den Läufer geben. Keine gute Idee. Außerdem, der weiße Springer steht ja am Rand und ist deplatziert. Es muss nur verhindert werden, dass der jetzt nach B5 kommt und sich hier den schwarzfeldigen Läufer abrötet. Daumen spielt Matthias A6. Und sagt so, und jetzt steht ein Springer am Rand und der wird jetzt einige Züge brauchen, um irgendwie an der Partie teilzunehmen. Ja, der macht sich dann gleich auf die Reise. Es ist allerdings nicht so klar, wohin der will, denn so richtig tolle Perspektiven hat der eigentlich nirgendwo. H5. Ja, Schwarzlicht, dann langsam los. Königsschlügel. Läufer F4. Diesen Druck auf der diagonalen B8, H2, den will weiß nicht lange aushalten müssen. Man könnte jetzt sagen, ups, Tani, hast du denn da nicht was eingestellt? Hier geht doch eine Gabel. Aber das hat der Tani natürlich vorhergesehen, dass Springer G6 kommt. Er kann ja Läufer schlecht D6 spielen. Wenn Schwarz jetzt die weiße Dame nimmt, dann nimmt weiß die schwarze Dame. Und die Stellung ist total ausgeglichen. Der anspruchsvolle Zug für den Schwarzen, der hier gewinnen will, und natürlich will Matthias gegen den Elfjährigen gewinnen, ist Dame schlecht D6 und die Dame auf dem Brett belassen. Die schwarze Dame guckt ja auch schon schön rüber, während die weiße Dame eigentlich am falschen Flügel steht. Denn wenn weiß was haben will bei Rochaden zu verschiedenen Flügeln, dann muss er hier am Damenflügel irgendwie was anfangen. Und das wäre im weißen Sinne seine stärkste Figur da zu haben. Die steht da falsch. Dame G3. Und das ist dem Tani natürlich auch klar. Darum möchte er gerne die Damen tauschen. Das wiederum lässt Matthias nicht zu. Dame G5. Dame G5 ist vielleicht nicht ideal. Also natürlich ist Dame F2 oder Dame E1 sieht natürlich auch traurig aus, aber es wäre wahrscheinlich etwas besser gewesen, einfach mit der Idee, mittelfristig dann hier mal loszulegen mit den Bauern, um die Dame rüberfahren zu können und Gegenspiel zu bekommen. Was ja immer so wichtig ist. Denn es ist abzusehen, Schwarz fängt jetzt langsam an, Spiel gegen den Weißen König zu inszenieren, und Weiß ist noch auf der Suche nach eigenem Spiel. Da ist noch nicht so richtig was sichtbar. Dame G5 ist wahrscheinlich nicht so richtig toll. Die kommt nur in die Bredouille, die Dame hier. Man sieht es schon. Matthias macht dem ganz natürlichen Zug. Er fährt was auf die offene G-Linie und hat dann hier gleich dieses vis-à-vis Dame gegen den Turm aufgebaut, was der Dame stets unangenehm ist. Turm A E1. Ja, Tani kommt zu dem Schluss. Ich kriege selbst nicht so richtig Angriff und Gegenspiel. Was ich machen muss, ich muss irgendwie vereinfachen. Und er will jetzt Springer E5 durchsetzen und sehen, dass Material vom Brett geht. Matthias spielt das ganz konsequent weiter, springt weitere Kräfte Richtung Königsschlügel. Wir legen hier übrigens jetzt nicht jeden Zug auf die ganz konkrete Waagschale. Es ist eine Blitzpartie. Insofern, wenn es hier rechts bei der Engine immer mal so ein bisschen schwankt, das ist normal. Beide Spieler hatten drei Minuten plus eine Sekunde brutz. Dame F6. Ja, Dame F6, klar. F7 hängt. Aber es bleibt dabei, dass die Dame da eigentlich unglücklich steht und ein bisschen in der Klemme steckt. Turm H7 deckt den F7 und stellt auch schon die Türme ein bisschen flexibler hin. Also zum Beispiel eine Verdopplung in der G-Linie ist jetzt auch ein Thema. Springer E5 von der Tani merkt, ich muss hier sehen, dass Material vom Brett geht. Ich habe Schwierigkeiten in den Schwarzhandangriff und ich habe nichts und versuche die Schoße zu vereinfachen. Jetzt geht immerhin ein Springerpaar vom Brett. Schön wäre es für Weiß, wenn jetzt irgendwie der schon bereit stünde, mit diesen Feldern zu arbeiten. Aber der steht halt schlecht. Den hat Matthias schön mit A6 aus der Partie gehalten. Jetzt steht er auf C2. Auf D3 würde der sich ganz wohl fühlen, aber dann muss er dann auch wieder zwei Tempi investieren, um da hinzukommen. D6, damit C7. Ich muss gestehen, den verstehe ich nicht so richtig. Vielleicht ist eine Idee davon, wenn das Feld E5 blockiert ist und diese Diagonale ja auch mit den schwarzen Bauern auf F4 des Matthias jetzt sogar überlegt am anderen Flügel aktiv zu werden. Vielleicht hier einzudringen, vielleicht sogar hier Bauern einzusammeln. Mag sein, dass das dahinter steckt. Ton F2. Ja, und Matthias macht den natürlichen Zug, den man hier in der Blitzpartie spielt, H4. Ganz klar, es geht weiter voran und wenn schwarz nichts macht, soll H3 kommen. Das ist so der Impulszug, den man hier macht. Ganz interessant ist, was die Engine hier vorschlägt. Die Engine sagt, spiel doch Turm G6. Da man muss nach H4, hat kein anderes Feld und hängt H5. Oh, apropos hängt, ich habe eben noch was vergessen zu erwähnen, den F4-Bauern. Den kann Weiß nicht gut nehmen, weil dann Springer G6 kommt mit Gabel. Das hatte ich eben nicht erwähnt. So, und jetzt wieder zurück. Sorry, dass sich das ein bisschen zerfasert. Turm G6, Damm H4, Turm G6. Das habe ich erst überhaupt nicht verstanden, weil will ich nicht meine Türme hier auf der offenen Linie verdoppeln, anstatt hinter meinen Bauern. Turm G6 ist erforderlich, weil der H5 hink. Da betreiben die Dame nach H4, dann ist der H5 zweimal angegriffen und dann muss man halt Turm G6 spielen. Der Punkt, den die Maschine macht, ist, dass jetzt Springer F5 oder Springer G6 drohen nochmal mit Angriff auf die Dame. Die muss dann nach H3 gehen und die ist dann einfach aus dem Spiel. Die kommt auch nicht wieder zurück ins Spiel. Und Schwarz spielt dann quasi mit einer Dame mehr und kann dann das machen, was ich eben schon angedeutet habe, nämlich mit der eigenen Dame hier über auf dem anderen Flügel entweder eindringen oder sich hier über die Bauern hermachen und weiß, kann dem nicht so richtig was entgegensetzen, weil die eigene Dame im Abseits steht und nicht helfen kann und da auch nicht rauskommt. Ganz interessantes Konzept um GH6 und dann Springer F5 spielen, die weiße Dame nach H3 treiben und da steht sie dann schlecht und dann mit der eigenen Dame eindringen und dem Weißen seine Klötze wegnehmen. Sowas spielt man natürlich nicht in der Blitzpartie. Ja, in der Blitzpartie zieht man das, was so auf der Hand liegt und was man impulsartig macht, das ist H4 und H4 ist ja auch ein guter Zug. Vielleicht nicht der Beste, aber H4 ist der Zug, der den Tani hier schon zu dem entscheidenden Fehler verleitet, denn Tani fürchtet H3 und blockiert das jetzt mit H3 und muss dann nach Turm G6 feststellen, dass die Dame das Feld H4 nicht mehr hat, denn es ist jetzt alles blockiert. Turm G6, die Dame, wir haben schon oft gesagt, sie ist hier ein bisschen im Abseits und in der Bredouille und jetzt ist es endgültig soweit, denn sie hat jetzt nur noch das Feld F4. Ups. Da ist einer gefesselt. Tja, und jetzt verliert der gute Tani einen Turm und mit einem Turm weniger gegen den Europameister ist. Das geht natürlich nicht gut und darum war die Partie dann jetzt auch relativ bald vorbei. Er hat dann noch ein paar Züge gemacht. Springer F5, Springer D4, CD, König B8, 1, Dame C2, der letzte Zug der Partie, denn jetzt droht hier Matt und weiß kann das nicht mehr decken und selbst wenn es decken könnte, dann hätte Schwarz immer noch einen Turm mehr und steht damit natürlich auf Gewinn. und Matthias Blühbaum hatte Tani er hat ja angekündigt das sieht danach aus als mache ich dann mal ein, zwei Jahre Schachprofi und gucke wie weit ich komme und wir drücken ihm die Daumen dass er es vielleicht schafft dem Vincent auf den Fersen zu bleiben dass er vielleicht die 2700 schafft das wäre natürlich riesig und das werden wir auf diesem Kanal ganz intensiv begleiten und wenn der Tani mal irgendwie was Besonderes macht dann gucken wir da bestimmt auch drauf. Das soll es erstmal für heute gewesen sein Ich hoffe es hat euch gefallen Ich würde mal sagen bis bald auf diesem Kanal Vielen Dank fürs Zuschauen Macht's gut Ade